So, jetzt dreht er den Motor erstmal durch, um die Zylinder, wie gesagt, vom Öl zu befreien. Und jetzt die Zündung an. So, jetzt kann ich endlich wieder was sagen, der Lärm hier auch im Leerlauf. So, da startet der Toni, ich habe es gar nicht gesehen, weil es gibt es im Folgern. Toni Eichhorn auf T-28 Trojan hier in Pels. Auf T-28 im Himmel über Elbis. Das weiß ich nicht, aber ja. Hold your breath and count to ten. Do you do you do? Wow. Oh. 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 560 A-H-Schritt. 1.440 A-H-Schritt. 1.440 A-H-O-S, senkrecht in den Handel in den E-S-E-S-E-S. Und eine Runde, die übergeht in eine Tunnelbewegung. Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Senkrecht runter über dem Waldhafstand. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! A. Alva Lubeck groß ausgehalten in der Valt布lage. Gesamtvereine Wartung haben wir in der Valtbomge. Rostnakem, oder actuell? Ach, oh, 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 oh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020